Upavishta Parivritasana ist die sitzende Drehung. Upavishta Parivritasana ist ein Sammelname für alle Drehübungen im Sitzen. Daniel zeigt so einige, während ich etwas dazu sage. Vom Standpunkt der Wirbelsäule aus gibt es Vorwärtsbeuge, es gibt Rückwärtsbeuge, es gibt Seitwärtsbeuge und es gibt Drehungen. Alle Drehungen werden als Parivritasana bezeichnet. Parivritasana, Drehübungen, gibt es im Sitzen, im Liegen und im Stehen. Upavishta Parivritasana, also der Sammelname für alle sitzenden Drehungen. Dabei ist die Wirbelsäule typischerweise aufrecht und indem du mit aufgerichteter Wirbelsäule dich in verschiedene Richtungen, also auf verschiedene Weisen drehst, sorgst du für eine Flexibilität der Zwischenwirbelgelenke. Du tust etwas Gutes für deine Bandscheiben. Du machst eine gute Massage für die Bauchorgane und du lässt auch die Energie durch die Wirbelsäule nach oben bringen. Sehr häufig sind Upavishta Parivritasana Variationen sehr hilfreich, auch um die Energie durch die Wirbelsäule nach oben zu bringen. Und dann geht es um die Wirbelsäule nach oben.